Hallo, ha ha, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, ha ha, Brotherhood, äh, DJN ist heute nicht da, deswegen machen ich mal weiter, mein Name ist Badundu Kandaru, und ja, ha ha, machen wir mal eine Strategie, der Study-Modus, ha ha, und, äh, dann auf The Game Present, ha, lustiger Name, The Game Present, und, da sehen wir auch schon seinen lieben Freund Echo, ha ha, wenn sie mit den Feuchten kämpfen, können sie ihre Gegner, ja, ist das weg, Rüstung zerbrochen, so, oh, jetzt ist das auch weg, Okay, jetzt sind wir wieder bei den, bei den Leonardo's Machine gewährt, schön, okay, und, ho, 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 da rennen wir mal, einfach nach da oben, nach da oben, hoppa, hoppa, hui, ho, ho, das ist lustig, Und wir dürfen nicht entdeckter werden Goodbye So, ho, ho, jetzt, wir los, und dann, wir töten die ganzen Leute Ich lese mal eben die Aufgabe auf, Leonardo's Machine gewährt zu stören Fällige Synchronisation, vor Zerstörung der Baupläne, niemanden töten Ach so, das haben wir ja schon So, da ist er ja, hu, ho, ho Äh Oh, verdammt Wir wurden entdeckt, manne, mann Oh, die gibt doch gar nicht Wir wurden entdeckt So, ho, wieder von der Anfang Das ist lustig So, wir werden immer, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden Wir werden Und, hoppa, hopp Also langsam wird das langweilig Nein, 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 er darf uns nicht drehen So, tack, ho, tot So Und wir müssen jetzt warten Bis er fertig ist Bis er Erglaube dahinten Erglaube, ich muss dahinten hin Für die Schatzruhe Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Juhu, ho, 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 wir haben geschafft Und So Und jetzt Wir müssen tun rennen Oder töten Oder gehen nach da oben Ich glaube, wir gehen eher besser nach da oben Nach da Und dann nach da Nach da Nach da Oh, das, also das war wirklich knapp, du So, ho, und dann gehen wir mal nach da und da und dann Und dann gehen wir mal nach da oben und dann Ah, da vorne haben wir schon, da vorne heißt es schon So, und jetzt Nehmen wir Unsere Pistole Und zielen Nicht dorthin Etch, jo Juhu, wir haben geschafft Oh, 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 Bomber Ui, jetzt müssen wir machen Aua, aua Aua, das ist so weh So Tun wir jetzt mal einen auf galoppieren Ho Ihr Deutschland seid, seid echt lustige Wisser Ihr macht da lustige Wörter Galopp 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 Und das passt auch Zu der Aktion So, ho, 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 wie hab ich mich jetzt getrunken So, jetzt machen wir mal einmal Müschen wir machen Vollgas So, galopp, 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 galopp Ho, 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 ho Möden wir machen Tja, sta mal Chao Ho, ho, vann ist es việc Warum willst du nicht Ihr, ihr, ihr habt Nie werdet Na Ach, hat Ach, 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 ach Das ist lustig. Nein, nicht schießen. So, kann ich gar gucken nach hinten? So, jetzt machen wir mal den Angriff. Oh, 6 Minuten ist jetzt vorbei. Hoho, das ist lustig. Das benutzen, um mit dem Maschinengewehr zu zielen. Okay, das mache ich gerade. Stirb. Nein. Oh, ich bin wirklich gut. Natürlich. Oh, ich bin wirklich gut. Nein, 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 ich will nicht sterben. Oh, Mann, Mann, das war aber knapp. So, da, und du. 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 Aua. Du Arschloch. Okay. So, das wird nicht einfach. Oh, sind da alle tot. Und du. Los, stirb. So. Ja, geht doch. Du musst machen, genau so gut wie ich. Aua. Und. Eine für dich. Aua. Mann, der Kopf hat dabei getan. So. Explosion. Also, ich muss schon sagen, du bist echt gut. Dankeschön, Jaden. Aber ich bin ja heute nur Special Guest bei dir. Ich bin ja dein Nachbar und darf einmal bei dir zocken. Und da habe ich mir gedacht, warum muss ich gleich einfach am Let's Play machen. Denn du, du hast es mir erlaubt. Ja, das ist richtig. Deswegen, ich mache, ich töte jetzt. Nein. Ja. Hey, nicht schlecht, überzeugend. Oh, dankeschön. So, aber jetzt will ich auch so langsam zocken. Nein, ich will aber weiter zocken. Guck, echt, guck mal, jetzt, jetzt. Das kennen wir aus der Werbung. Ja, das kennen wir aus der Werbung. Da hat irgendwas auf Italienisch gesagt. Ja, wir haben 100% Synchronisation erreicht, mein lieber Freund. Und es ist schon 9 Minuten vorbei, ohne dass ich was gesagt habe. Mann. Oder wen ich gesagt habe. Du hast mir die ganze Show weggenommen. Entschuldigung, Jaden. Aber das macht einfach Spaß, das ist, uns gut zu zocken. Jaden. Ja. Darf ich die nächste Folge auch machen? Nein, kommt gar nicht in Frage. Oh, bitte. Aber ich mag deine Abonnenten. Guck mal, du hast 86 Abonnenten schon bekommen. Ja, ich weiß. Ich danke den Leuten auch, natürlich. Aber, naja, dem Punkt, der Punkt nicht, dass du für mich weiterzocken darfst, ne? Oh, Mann, du bist aber sehr gemein. Alle Kriegsbrüche von Leonardo zerstören, um die Einwohner der Italien von Cesar das Herr zu retten und Leonardo, oh Mann, jetzt konnte ich... Ich kann immer nicht weiterlesen, Mann, das ist unfair. Hast du gesehen, Jaden? War das nicht gut? So, also ich... Nein, das Ende mache ich bitte. Nein, ich will das Ende machen. Nein, ich mache das Ende. Oh, bitte. Ja, gut, dann machst du das Ende. Oh, danke schön, Hau. Also, ich werde jetzt die restlichen... Nein, wirst du nicht. Ich werde das machen. Okay, alles klar. Aber der Jaden wird jetzt die restlichen 700 Meter zu seinem Ziel machen. Und ich werde zurück nach Hause gehen und dann essen. Oh, mein Gott, da braucht uns Hilfe. Hey, wir müssen ihm helfen. Nein, lass es. Was? Ich will weiter machen. Nein! No! Gib doch mal her, jetzt. Jetzt, gib doch... Jetzt, lass doch mal den Konto. Nein, ich will doch mal weiter. Ich will weiter. Aua. Ich habe aber wehgetan, Jaden. Ja, hast du ja auch verdient. So, jetzt zockt der Profi wieder. Und tut mir leid, dass er heute mal ausnahmsweise die Folge gemacht hat. Gucken wir mal, was unser Assassinen so drauf hat. Oder unsere Assassinen, die beiden. Ah, du willst, du willst dich... Ah, okay. Ja, so geht's auch. Danke, meine Lieben. Okay. Erinnert mich irgendwie an die Folge von Spongebob. Seine letzte Ruhe von Thaddeus und so. Also, ist lustig. Naja. Okay, wie gerade schon verabschiedet, werde ich, und nicht mein lieber Rantulo, sondern werde ich jetzt die restlichen 500 Meter laufen. Äh, beziehungsweise ja, mit dem Pferd galoppieren. Und ja, ihr schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Ich hab mir vorgenommen, jetzt extra nur an Assassin's Creed zu sitzen, da ich jetzt das so langsam beenden möchte. Und ja, das dauert zwar ein bisschen, aber... Naja, ist ja egal. Ähm, ja. Gibt's sonst noch was von meiner Seite aus zu sagen? Naja, also von mir gibt's jetzt besonders nichts zu sagen. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Und ja, habt einfach bis dahin Spaß. Bis dahin, euer Jane. Und rantulo, bitte hallo. Abonneert mich auf mein Kanal. Gut, ich hab noch gar keinen Kanal, aber abonneert mich, okay? Tschüss.